und damit herzlich willkommen auf meinem rostigen kanal ja freunde nacht ist mal wieder zeit für ein bisschen indie horror aber jetzt bringen wir zusammen forest keine ahnung was uns hier erwarten wird ich würde sagen wir laufen einfach mal los und wir scheinen in einem ball zu sein welch wunder es heißt ja auch the forest oder ich glaube dann ziehe ich aber nichts ich renne mal den weg lang ich hoffe ihr seht was mal umgucken hier ob sich etwas getan hat ob wir verfolgt werden ich bin doch auf dem richtigen weg hoffe ich doch ich bin ja mal gespannt was es hier erwarten wird im wald scheint noch der richtige weg zu sein ziemlich düster hier er hat ihn schon etwas schwerer hier scheint es laut zu gehen immer schön auf dem weg bleiben sonst verlaufen wir uns ich bin schon vom weg abgekommen keinem 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 Yes. Juhu. Wo kriege ich denn das jetzt her? Also hier unten geht es also zum Boot. Toll. Wo kriege ich jetzt Öl und Diesel her? Klar, aus der Hütte. Aber wie komme ich in die Hütte? Fragen über Fragen. Hier komme ich nicht lang. Mist. Kenners. Mysteriös. Sollte ich vielleicht auf dem Weg bleiben? Maybe. Ich könnte wetten, ich finde die Hütte nachher nicht wieder. Mal gucken. Ja. Wie lange ich aufnehme. Ach, Leute, Leute. Wo geht es hier lang? Oh, da ist die Hütte. Oh, das ist eine andere Hütte. Nee, das ist eine andere Hütte. Eine andere Hütte. Die ist offen. Oh, das ist ein Öl. Dieselhammer. What? Das war ein Sound. Oh Gott! Oh! Was? 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 Haha Start Ich geh nicht in den Wald Ist das jetzt wieder am Ausgangspunkt oder was? Da ist ein Boot Da ist ein anderes Boot Ah, wir scheinen mit dem Boot hier gestrandet zu sein Ah, das ist jetzt Ich habe jetzt die zweite Option genommen Entscheidend Haben wir das dann schon hinter uns gelassen Moment Leute So mag ich das aber nicht Start Nochmal von vorne Wir wollen ja das von Anfang an sehen Ja, genau Wir wollen ja nicht bescheißen, ne? Wir wollen das ja alles durchspielen hier Ich laufe jetzt mal Komme ich hier weiter Wenn ich nicht den Weg lang gehe Das habe ich mir gedacht Also kürzen wir mal ab Wir wollen das Spiel ja von Anfang an durchspielen Nicht die Hälfte hinter uns lassen Wir rennen jetzt mal Wir rennen jetzt mal Schauen uns um, ob wir nicht irgendwo etwas übersehen Ja, ja, ja Also Mehr Sport zu reiben, junger Mann Dann klappt es doch mit der Kondition Bin ich erst einmal gekommen? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare Was ihr von dem Spiel haltet Wie es euch gefällt Ich wollte eigentlich Ich wollte eigentlich Vorhin The Longest Road nochmal spielen Wer es gesehen hat, der weiß was ich meine Wegen der zweiten Gasflasche holen Aber anscheinend Mag ich es nicht mehr Es hat irgendwie jetzt einen totalen Bug Weil ich kann den Container nicht mehr verschieben Um Um so an den Gehengten zu kommen Um mir den Schlüssel zu holen Für die Tür Warum auch immer Mal später vielleicht nochmal probieren Ich weiß es nicht Und dann habe ich mir gedacht Was ist das? Eine Voodoo Puppe? Bad Idea Eine Voodoo Puppe What? Ich habe eine Voodoo Puppe gefunden Bad Idea AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA What The Hell? Game Over Sorry Leute Mh Over now Wir starten nochmal! Next attempt! Was ist das? Oh man! Was ist das? Dammit! Bad idea! Ich weiß halt auch nicht, wie ich die Truller hier vorbeikomme. Bad idea! Soll ich mir die Voodoo-Puppe nochmal hole? Hoho! Lieber nicht, oder? Ich renne jetzt nochmal so schnell wie möglich, bis er nicht mehr kann. Die arme Socke! Er kann schon nicht mehr. Juhu! Da ist ne Hütte! Er kann nicht mehr rennen! Oder was ist das? Oh, er kann wieder! Ein Baum ohne Blätter! Mir gefällt das Spiel eigentlich ganz gut! Von der Atmosphäre her so... Ist nicht schlecht! Es ist nicht schlecht! Was ist das? Baumstämme! Ich... Ich muss Diesel holen und Öl! Umgucken! Gibt's hier keine Hütte? Ich höre schon wieder böse Geräusche! Böse Geräusche! In dem Wald kann man sich halt auch so schnell verlaufen! Dafür sind Wälder ja auch da, ne? Dass man sich drin verläuft! Ich hoffe nur... Ah, hier ging's zu der Hütte! Wo verschlossen war! Ich renne mal! Und guck mich lieber mal um! Olu? What's that? Jetzt sind wir am Boot! Wunderbar! Am Boot... Psteeek! Und da sagt er uns am Erd, wir brauchen das Öl und das Diesel! Hier komm ich nicht hoch! Warum auch immer! Ah, da ist sie! Habt ihr sie gesehen? Nixi weg! Ist sie noch da? Da ist sie! Da ist sie! Ich lauf lieber mal rückwärts! Jetzt ist sie weg! Oh, Freunde! Wo war jetzt die blöde Hütte? Wo ist es Öl gab? Oh, ne! Gibt's doch nicht! Das ist die Hütte... Nein, das ist die andere Hütte. Das ist die verschlossene Hütte. Damn! Die verschlossene Hütte. Mist! Geht's hier eigentlich noch weiter hoch? Hier geht's ja nur noch runter. Die Hütte ist verschlossene. Mann! Ich muss irgendwie die andere Hütte finden. Und gucken, wo die Tante ist. Wo war die andere Hütte? Ich seh hier irgendwo. Wo war die andere Hütte? Leute! Sag es mir! Ich hab nur Angst, dass die Tante Trude hier noch kommt. Wo war diese verdammte Hütte? Oh, ich hätte einen Kompass haben sollen oder so. Ich bräuchte einen Kompass. Wo war die Hütte? Mann! Gibt's doch nicht. Wenn man einmal eine Hütte braucht, ne? Gibt's doch nicht. Jetzt kann er wieder nicht rennen. Oh! Du lahme Socke! Was ist das? Ist das? Ich seh das? Can't run. Also es ist hier keine Tränen. Hab ich mein Öl noch oder was? Hab ich ein Inventory? Ein unnützes Papier. Ein unnützes Papier. Überfordert, Leute. Wo finde ich jetzt aber mein Öl? Wo geht's hier lang? Bin ich hier richtig? Oh, ich hab mich total verlaufen. Also sie kann nicht rennen. Ich würd gern wissen. Oh, ho, 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 ho. Da kommen sie schon wieder. Madame. Neue Hütte? Ist sie noch da? Oh, hau ab. Oh, jetzt habe ich die Hütte gefunden. Jetzt ist sie da. Ich kann nicht rennen. Wo ist sie? Oh, sie kommt. Jetzt finde ich einmal die Hütte. Eine Hütte. Ist sie noch da? Ich muss abhauen. Mann! Hau doch ab! Ich kann nicht rennen, weil er k.o. ist. Ist sie weg? Oh! Gibt es auch nicht. Gibt es auch nicht. Game over. Mann! Warum? Start! Einmal probiere ich es jetzt noch. Damn! Verdammt mich noch einmal. Jetzt habe ich eine neue Hütte gefunden. Onkel Toms Hütte. Mann! Und dann kommt sie hier und dann kann er nicht mehr rennen. Und oh, ich bin so kaputt. Oh, ich habe zu viele Gäste gebraust. Oh, ho, ho. Unsere Sportkanone hier. Mister... Ich kann mich nicht bewegen. Leute, Leute. Das Spiel treibt mich in den Wahnsinn. Wäre schon ein bisschen sauer hier, ne? Da ist doch mal... Da... ...de Wü-de-püpp. Mal umgucken. Durchatmen. Die Voodoo-Puppe nehmen. Nimmst du jetzt mal die Voodoo-Puppe? so letzter versuch letzter versuch leute wie gesagt schreibt mir gerne in die kommentare wer das spiel gefällt ob ich weiter spielen soll oder ihr sagt auch nö ist jetzt nicht so unser spiel lieber etwas anderes was dir vielleicht besser liegt was du besser kann ich doch nicht an euch schreibt einfach mal rein ne euer wunsch ist mir befehl ich bin etwas angesäuert etwas aber nur etwas wir gehen jetzt gleich mal zu der hütte hoch in der hoffnung die tante ist da nicht da aber da ist die andere wir haben das sonst war hier nichts drin gibt es da nun mal ne hütte mal gucken was liegt hier da liegt die voodoo puppe die wir nicht nehmen sollten so viel wissen wir jetzt hier geht es nicht weiter ich hoffe ich bin auf dem richtigen weg leute ich habe keine ahnung kann auch sein dass ich den ganzen weg wieder zurücklaufe wie weiß es nicht ich habe mich verfranz jawohl ich habe mich verfranz jawohl einwand frei drei bergen da muss ich hin da ist sie wieder und ich kann nicht rennen er ist schon wieder am ende seiner kraft einfach mal durch den lachen laufen ist sie da durchatmen Oh nein! Rennen, 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 rennen. Bis er aber nicht kann. Ich glaube, wir müssen hier hin. Ich hoff's zumindest ins Mal, Leute. Oh, ich denke nicht, dass so viel... Ein Zelt? Ein Zelt? What? Ist das unser Ausgangspunkt? Ist das unser Ausgangspunkt gewesen? Da ist sie schon wieder. Also ist das unser Ausgangspunkt? Oh, Leute. Ich bin so ein Vollpfosten. Gibt's doch gar nicht. Mann, 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 Mann. Bitte haut nicht auf mich drauf. Auf mich drauf. Ich weiß. Ich bin vollpfosten. Vollhorst. Oh, Kinders. Kann man doch nicht. Immer schön auf dem Weg bleiben. Dann klappt's auch. Mit dem Nachbarn. Ich will, dass es die Hütte finden wird mit dem Öl. Oder mit dem Diesel. Oder mit dem Diesel. Öl Diesel haben wir gefunden gehabt. Der kann uns hier auch nicht schnell verlaufen. Er kann wieder nicht. Das ist die Hütte. Das ist die Hütte. 100 pro. Oh. Oh. Yes. Diesel. Jetzt haben wir Diesel. Diesel. Da geht's lang. Da geht's lang. Ich möchte jetzt nur noch Öl. Und dann zum Boot. Und das wenigstens. Erfolgreich beenden. Aber hier. Das war die Hütte mit dem Zettel. Geht's hier noch weiter. Verdomme. Oh, da gibt's so viele Wege. Das gibt's ja wohl nicht. Wo finden wir jetzt das blöde Öl? Wudu Puppe. Wudu Tudu. Nichts wie weg hier. Und tschüss. Nein. Nichts wie wieder du. Hau ab. Runter. Da kann er doch nicht rennen. Dann gehen wir rechts. Mann. Ich brauche einen Schlüssel. Für die eine Hütte. Ich höre sie von hinten. Ich höre sie. Ich höre sie. Sie ist hinter uns. Dann geht's. Hallo? Wieso geht's hier? Ohh, nichts wie fort. Gibt die Schläge damals. Renn. Rennsteller. Sie ist hinter uns. Oh, Baum. Steht der Baum im Weg? Wo gibt's sowas? Es gibt's nicht, ich find hier keinen. Oh nein, das Spiel macht mich kaputt. Eine Hüte? Ist das eine neue Hüte? Ah, Leute. Das war's. Das war Forrest. Ich find einfach dieses verdammte Ölnette. Wenn ihr wollt, dass ich's weiter spiele. Zweite Kapitel da, wo man spielen kann. Sonst schreibt mir's gerne in die Kommentare. Ansonsten tue ich's in den Schrank. Machen Deckel drauf. Ende Gelände. Neues Projektchen machen. Seht ihr euch. Wenn ihr da seid. Ich hab's trotzdem einigermaßen gut gemacht. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Oder einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ich würde mich darüber freuen, wenn ihr wieder einschalten werdet. auf meinem Rosti-Kanal. Ich bedanke mich für's Zusehen. Das war Forrest. Vielen Dank. Tschö mit Öl. Euer Rosti. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen.